So, da wären wir wieder. Die Roboter sind fleißig am fliegen. Das sieht irregeil aus. Wussel, wussel, wussel. Wir wollten uns aber auch kümmern um die grünen Tränke. Da scheint irgendwas nicht zu funktionieren. Wir haben hier eine Requester-Chest für Ärmchen. Aber es werden wohl nicht genug Ärmchen hergestellt. Gucken wir mal runter. Ärmchen, Ärmchen, Ärmchen. Ärmchen, Ärmchen. Euch fehlen Chips. Und es fehlen immer Chips. Fehlt bei der Chip-Produktion irgendwas. Eisen ist genug da. Kupfer ist genug da. Chips werden regelmäßig eingelagert, aber werden auch regelmäßig ausgelagert. Hier müssen nur 10 vorrichtig sein. Das Ding ist schon gestaut. Da werden sie nicht hingehen. Hier. Das heißt, alle Chips landen momentan hier. Und hier werden sie auf jeden Fall verbraucht. Entweder werden die blauen Dinge hergestellt oder die grünen draus. Die grünen haben immer einen Abnehmer. Es werden immer hellblaue Tränke hergestellt. Und da staut sich auch nichts. Also bis sich das gesamte Fließband der hellblauen Tränke einmal gestaut hat. Das ist ja... Naja, obwohl... Es dauert noch ein bisschen. Und hier kommt auch gerade eine ganze Ladung an Chips. Wo fliegt die hin? Die fliegt in Storage. Was zur Hölle, Jungs? Was macht ihr da? Und da oben. Wo fliegt ihr hin? Ihr fliegt wieder zu den Ärmchen. Ich hätte das echt ganz gerne, dass ihr da unten hin fliegt. Dahin. Das ist auch in einem Einzugsgebiet von dem da. Und der ist verbunden mit den anderen. Alle Roboports sind verbunden. Warum kriegt der da keine... Warte mal. Der da. Requested Chest. Ja, der Requested Chips. Kann ich das irgendwie priorisieren? Was ist das da? Unknown Key. Item Name. Coin. Das ist komisch. Wenn ich jetzt nochmal Chips hier rein tue, hat das jetzt eine höhere Wertung vielleicht und wird eher beliefert? Das wäre sehr praktisch. Da kommt der erste Chip. Man muss nur meckern, oder wie? Soll ich das jetzt verstehen? Ja, da kommen wieder Chips. Ich teste mal. Chip und... Chip und... Chip und... Chip und... Chip und... Ich weiß nicht, wie der 3D ist. Ah, es gab nur zwei Backenhörnchen. Okay, also Chip und Chip. Ja, es kommen jetzt regelmäßig welche an, aber der Großteil scheint immer noch nach oben zu fliegen. Sehr doof, sehr doof. Das heißt, ich müsste jetzt von Hand eingreifen. Kann ich noch von Hand eingreifen, ist die Frage. Weil hier landen nicht mehr viele. Da landen immer nur so ein paar Stück. Die werden gleich abgeholt für den Robotern. Hier werden nur 10 Stück zwischengelagert. Ja, hier wird alles gleich verbraucht. Ja, also ich habe momentan keinen Punkt, wo ich von Hand Chips bekomme. Ah, außer ich stelle bei mir ein. Gib mir bitte 100 grüne Chips. Gucken wir mal, was für eine Priorität ich habe. Also, es scheint einfach keine Prioritätenliste zu geben. Das wird nach irgendeinem anderen Faktor gehen. Ah, ich kriege was ab. Warte mal, ich stelle mich mal in den Mittelpunkt von den ganzen Roboports. So, gucke was passiert. Also, ich muss natürlich im orangenen Bereich sein. So, ich bleibe stehen. Ich sehe links ein paar Roboter auf uns zu fliegen. Ein paar mehr, ja. Also, ich werde auf jeden Fall priorisiert über der Kiste. Äh. Warte. Über der Kiste. Logistik System Storage. Wenn ihr auf der rechten Seite jetzt gerade guckt. Da steht bei der Kiste. Filter. Acht Chips. Also, er hat acht Chips drin. Deliver. Ein Chip. Im System Storage drin selber sind die ganzen Sachen, die unten rechts aufgeführt sind. Unter anderem. Also, entweder in Provider Chests oder in den Storage Chests hier. Die übrigens schon überquellen. Da sollte ich mal ein paar mehr hinhauen. Dafür brauche ich allerdings rote Chips. Kann ich noch rote Chips irgendwo klauen? Das ist echt doof. Roboter. Ich hätte gerne 50 rote Chips. Das wäre echt toll, wenn mich da irgendjemand anliefern könnte. Also, das ist auch einer der Nachteile von den Robotern. Es bleibt halt nirgendwo mehr irgendwas liegen. Was ja genau das ist, was ich eigentlich auch wollte. Es sollte ja alles schön Hand in Hand gehen und so. Aber irgendwie werde ich gerade sinnlos gemacht. Die Roboter arbeiten, die Roboter optimieren perfekt. Die fliegen hin und her und alles kriegt sein Zeug. Und ich gucke eigentlich nur noch zu. Naja, momentan. So, ein Chip war da und der ist weg. Ich habe einen roten bisher bekommen. Also, was die roten Chips angeht, bin ich wohl nicht wichtig. Okay. Ihr habt mich soweit gebracht, ihr doofen Roboter. Ich stelle jetzt einfach selber die Ärmchen her. Also, ich kehre diesen riesen Homunculus an Fabriken jetzt den Rücken zu und stelle die Sachen von Hand her, damit das einigermaßen klappt. Und irgendwie staut sich das hier zu sehr, weil hier noch keine roten Fließbänder sind. Dafür bräuchte ich wieder mehr Eisen. So, mehr rote Fließbänder. Haben wir da irgendwo noch welche? Nö. Ah, da kommen die Ersten. Achso, das ist ein Untergrundding. Und hier staust du dich schon wieder. Aber wir hätten gerne einen Splitter. Und zwar hier. Und dann hier. Dann füllt sie es wenigstens gleichmäßig. Okay. 105 Insurter. Die stelle ich jetzt einfach mal her. Da ist ein Pfeil, das heißt... Ach, es geht nach unten weiter. Okay. So, blaue Tränke da, rote Tränke da. Oh, ich kriege ein Chips. Nom, 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 nom. Na, es ist schon irre praktisch. Vor allem, wenn ich später zwei Sachen tragen können. Sollte ich unbedingt bald erforschen. Die das Ganze befüllen schneller. Also von mir und anderen Sachen. So, hier, Ärmchen. Bitteschön. Stell grüne Tränke her. Wir wollen das Night Vision endlich zu Ende erforschen. Auch wenn es nicht toll ist. Das ist auch ein bisschen doof gelöst. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, Tee und ein anderes Ding auswählen. Denn werden alle Punkte, die ich bisher hier drin investiert hatte, die gehen dann verloren. Das ist ja nicht so schön. Hm. Gut, es werden weiter Ärmchen hergestellt. Grüne Chips. Wollen wir dann noch ein Vierer-Komplex bauen. Also wir haben ja noch mehr als genug Platz. Wir könnten einfach hier noch ein Vierer-Komplex Chips herstellen. Und das Ganze einigermaßen abgedeckt ist. Alternativ hätten wir auch die Chips von hier direkt auf das rote Band legen können. Oh ne, das machen die Roboter. Wir wollen an die Roboter glauben. Das passt schon. Also, ich hätte gerne vier Fabriken. Vier Stück. Dann bauen wir nochmal genau den Komplex hier unten nach. Das heißt, nichts Kompliziertes. Schnelles Band innen, langsames Band außen. Wir haben zweimal Input. Aber das können uns Roboter machen. Warte. Ich muss mir ein neues System ausdenken. Aber wir brauchen keine Fließbänder mehr. Wir können alles über Kisten machen. Das teste ich mir etwas abseits der größeren Maschinen. Sollte aber noch innerhalb des Robo-Port-Bereichs sein. Also da zum Beispiel. Hier. Ich hätte gerne Strom. 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 Einmal ganz rum. Was war das für ein Geräusch? Achso. Roboter wurde freigelassen. Die Fabriken waren hier die Reihe hoch. Das heißt, ich setze jetzt mal hier hin unsere Test-Habrik. Die nur mit Kisten arbeiten soll. Super richtig. Zwei, drei, vier. Die bekommen Provider-Chests. Jeweils eine. Da kommt das Exportierte rein. Wir brauchen mehr Kisten. Noch eine Provider-Chest. Und dafür brauchen wir wieder rote Chips. Ich will 50 rote Chips haben. Und ich bin im Einzugsgebiet. Füttert mich mit roten Chips. Ich kriege grüne. Habt ihr falsch verstanden? Egal. Okay, also da kommen die fertigen Sachen hin. Dafür kriegst du auch einen schnellen Arm. Raus, raus. Raus, raus. Dann braucht ihr jeweils zwei Request-Chests. War noch zwei, oder? Für grüne Sachen. Ja, Eisenplatten und Kupferdraht. Ah, das sollten wir echt nicht mit Robotern machen. Das ist so rudimentär. Das ist, ähm, ähm. Braucht man viel zu viele Roboter. Also, Eisenplatten, Kupferdraht. Sollte also möglichst nach unten. Runter, runter, runter. Hier, hier ist Kupferdraht. Hier fließen Eisenplatten lang. Die können wir hier aber auch rumführen. Da irgendwo rumführen. Und dann hier hin. Weil das Stahlding kann das wirklich, das kann überall aufgebaut werden. Und Nachtsicht ist endlich fertig. Sehr schön. Wir hätten gerne 200 Science-Packs. Das ist teuer. Automatic Construction. Military Alien Tech. Damit können wir die Lila Science-Packs bauen. Speed Modul 2. Speed Modul 2. Umschaltwerk. Hier ist ein Beacon. Advanced Oil Processing. Das wird kompliziert. Eine schnellere Fabrik. Das klingt sehr gut. Das wird geforscht. Also Stahl. Ich habe das Bedürfnis, alles abzureißen und neu zu bauen. Ich denke, das kennen viele von euch, wenn man was optimieren will. Ich könnte direkt aus dem Ding hier. Was? 100 Platten? Ja. Okay, damit wird das auch geklärt. Du nimmst jetzt aus dem, aus der Fabrik unten. Es sieht jetzt nicht so aus, wie es aussehen soll. So, so. Du produzierst bitte Draht. Und dann nimmst du den Draht. und tust ihn in die Fabrik. Und du stellst bitte Chips her. Und du bekommst von da. Äh. Letzigen. Da. 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 Und du stellst jetzt durchgehend Chips her. Warum nimmst du dir kein neues Iron Plate? Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Hä? Ach so, weil die vier erstmal raus müssen. Okay, das ist kein Problem. Wir machen dann hier einen schnellen Greifarm. Und wir machen da eine... Immer noch keine roten Schiss bekommen. Die Jungs sind echt tierisch träge. Plastik. Ich brauche Plastik. Wahrscheinlich hapert es irgendwo bei der Plastikproduktion. Deswegen stellen sie keine roten Chips her. Ne. Plastik. Ich sehe kein Plastik im System. Jungs, ähm... Jungs. Ich bräuchte rote Chips oder Plastik. Oder warum redet keiner mit mir? Läuft langsam echt aus dem Ruder mit den Robotern. Rote Chips. Da war einer. Hier. Ähm... Du... Kriegst keine roten Chips mehr. Wir haben erstmal genug blaue Tränke. Glaube ich. Naja, genug ist relativ. Aber wir haben ein paar. Also dürften sich jetzt eigentlich die roten Chips hier drin staunen. Gucken wir mal. Was fehlt hier? Plastik. Plastik wird abgeliefert. Nö, die roten Chips werden trotzdem noch verbraucht. Die hatten irgendwo noch einen Abnehmer. Mann, 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 Mann. Ich darf gar nichts mehr machen in meiner eigenen Fabrik. Rote Engines vielleicht? Ja, wahrscheinlich. Ja. Naja, das sind rote Engines. Ihr braucht keine roten Chips. Äh... Sehr komisch. Strom? Wir produzieren 80% Überschuss an Energie. Sehr komisch, sehr komisch. Sehr komisch.